Willkommen bei SANA. Wir stellen eine sehr spannende, sehr interessante Serie heute vor und zwar die Serie NiroTherm und die Schwester-Serie NiroTherm Industry. Das sind Edelstahl-Pressfittings, können Sie einmal hier zeigen. Klare Markierungen in rot, diese Edelstahl-Serien, Edelstahl-Pressfittings, sind insbesondere für geschlossene Kreisläufe, sprich für Heizung, für Kühlung, ganz wunderbar einzusetzen, haben den riesengroßen Vorteil im Gegensatz zu C-Stahl, dass sie nicht aufwendig isoliert werden müssen. Es ist kein Schutzanstrich nach AGQ 151 erforderlich. Gerade im Estrich, in feuchte gefährdeten Gebieten, außen ist dieser Edelstahl 1401 eine ganz hervorragende Wahl. Er spart dem Verarbeiter unglaublich viel Zeit und minimiert auch das Risiko von Korrosion durch außen feucht. Wie gesagt, in geschlossenen Kreisläufen, Korrosion innen ist kein Problem, da ja kein dauerhafter Sauerstoffeintrag stattfindet. Wir bieten diese Serie seit 2007 an, haben damit die längste Markterfahrung aller Hersteller inzwischen bis Dimension 168,3 Millimeter. Das heißt, Verarbeiter können damit auch Steigstränge ausstatten und Platz im Schacht sparen. Gibt es mit schwarzem EPDM-Dichtring und auch mit rotem für Hochtemperaturanwendungen in der Industrieserie. Und eine der Besonderheiten der USP ist dieses Produkt, dieser Serie, aller unserer metallischen Fittings, ist Comipress. Insbesondere die Werkzeugkompatibilität. Das bedeutet, schwieriges Wort, bedeutet man kann diese Fittings mit allen Originalkonturen SA, M und V bis einschließlich 54 Millimeter und bis 108 Millimeter mit SA und M verpressen. Das spart auch Platz im Lager, gibt Sicherheit, kein Verwechslungsrisiko von Werkzeug auf der Baustelle. Also wie gesagt, mit allen Originalkonturen verpressbar. Push & Stay natürlich, unverpresst und nicht, gehört auch zu Comipress. Aber die Verpressbarkeit mit den Konturen ist für den Verarbeiter wirklich eine Zeitersparnis. Ansmsprach und die Möpfer d pricedicasieder umgelegen. Die Möpferdänge Archiv. ánupte. Untertitelung des ZDF, 2020